Hallo und ein herzliches Willkommen meine Lieben zurück beim nächsten Gewinnspiel. Natürlich bin ich auch nicht alleine. Wow, dann herzliches Willkommen zurück meine Lieben Freunde hier zum nächsten Gewinnspiel. Neue Bundles gibt es. Und dann fangen wir an und zwar haben wir bei LMS diese geilen, koch mehr Platz hier, mach uns mal aufs Bild hier, diese Studio 71 Taschen, die man als Rucksäcke dann verwenden kann. Also einmal links, einmal rechts um die Schulter rum. Eigentlich ganz geil. Ein Tornbeutel. Ja. So, Tornbeutel Rucksack, den ganzen. Oh, ein Tornbeutel. Ja, ich find's eigentlich, wenn man soeben sagt, schwimmen gehen oder so, eigentlich voll geil. Und von Studio 71, das hat auch was. Ja, dazu gibt's natürlich hier so zwei Sticker noch von Studio 71. Genau. Wenn ihr euch irgendwo hinkleben könnt, sogar auf die Stirn, wenn ihr wollt. Oh ja. Auf die Arsbacke. Auf die Arsbacke. Eine Links und eine Rechtsbacke. Genau, und sagt, das wäre ein Tattoo. Kommen wir zur nächsten. Und zwar haben wir hier von Gameforge, von Ox Must Die, solche Keulen bekommen. Da bekommt ihr sogar zwei Stück. Da könnt ihr euch mit euren Kollegen kloppen. Genau. Sind zum Aufblasen. Dann könnt ihr euch mit euren Geschwistern, mit euren Kumpels, was weiß ich, in der Arbeit, in der Schule, den Lehrer verprügeln. Geräte vormacht. Eigentlich ganz coole Idee. Wir sind noch original verpackt, nicht ausgepackt mit Absicht. Hat einfach mehr Wert, mehr Style. So. So schaut's aus. Dankeschön dabei nochmal an Gameforge, dass sie uns das überhaupt ermöglicht haben, dass sie uns so viel mitgegeben haben, dass wir das in mehreren Sachen verteilen können. Genau, und dann gibt's hier noch so Pins mit verschiedenen Sachen. Also immer nur einer kriegt irgendeinen per Zufall. Es gibt E, es gibt Nerds, es gibt Gamer, es gibt alles mögliche. Immer natürlich verteilt. Genau. Zufallmäßig verteilt. Natürlich. Diesmal sind auch wieder fünf Bundles. Nur das zwei Bundles diesmal anders sind und der Rest gleich sonst. Nämlich zwei Bundles kriegen noch vom Gameforge was oben drauf. Und zwar eine Ox Must Die Cap. Die ist auch noch nie getragen. Wirklich, die ist noch zu. Also hier so eingeklappt. Eigentlich. Hups. Schmeißt weg. War auch mal neu. Ja, also wirklich. Ich weiß nicht, ob man das Logo, ob man das dann so schön sehen kann. Eigentlich gar nicht mal schlecht. Und wirklich gute Qualität auch. Also nicht bloß so 0,815. Sondern auch schön genäht und echt top. Muss ich schon sagen. Genau. Zwei Bundles kriegen das oben drauf. Also zwei Bundles werden extra dann verlost in dem Sinn. Und haben einen Zusatz. Aber das ist leider noch nicht alles. Also leider. Es kommt noch mehr. Genau. Nämlich noch eine weitere Firma hat uns was spendiert. Und zwar so viel. Jaaa. So viel. Weil wir auch wieder unter verschiedenen Gewinnspielen verteilen. Aber heute ein kleiner Teil von der Firma. Und zwar XMG. Die Firma. Die Firma hat uns auch was gegeben. Da kriegt ihr einen Flyer dazu. Da steht alles drin. Dass ihr das mal so seht, was sie ungefähr haben. Haben sie da jetzt. Alles möglich drin. Hier sieht man so ein bisschen. Hier ein Gaming Laptop mit drin. Eigentlich eine geile Firma. Echt spendabel. Also wirklich. Tja. Grafikkarten. Also. Eigentlich alles drin. Genau. Was ums Thema. PC. Und Gaming. Kannst du dir vorstellen was sie von XMG kriegen. Einmal das. Genau. Und das. Das weißt du nicht. Das raschst du nicht. Das ist mir jetzt zu neu. Also hier ist ein Armband. Das sind sozusagen die typischen Festival Armbänder. Mit so einem Bobbel dran. Also man geht hier rein. Ich mach das bloß nicht zu. Und dann zieht man dieses Bändchen. Dieser Bobbel hier. Zieht man dann ran. Und das kann man dann nicht mehr ausziehen. Das heißt das bleibt halt da dran. Das hat halt einen Widerhaken da drinnen. Und dann kann man dann die restlichen Zippruller da unten. Kann man dann wegschneiden. Und dann hat man halt ein Armband. Armband fürs Leben. Genau. Und nie wieder ausziehen. Genau. Dürft ihr euch auch nicht waschen. Also hier mit kleinem Andenken von der Gamescom 2015 steht hier da mit drauf. Könnt ihr euch geben. Ganz cool ja. Aber das war nicht das was XMG uns noch gegeben hat. Sondern ihr kriegt noch von XMG ein T-Shirt. Ein schwarzes mit Corinna Auftrick drauf. Wenn ihr es seht. Ganz cool. Hinten auch nochmal. Steht auch nochmal drauf. Kriegt ihr auch noch ein T-Shirt. Vielleicht das nächste Jahr auf der Gamescom mit dem hier reingehen. Vielleicht werdet ihr als Mitglied betrachtet. Der einzigste Nahtteil bei dem T-Shirt ist es gibt es leider nur in XXL. Wir haben leider keine anderen Größen. Aber es passt jedem. Ganz einfach. Jedes Mädel kann es als Nachthemd anziehen. Genau. Passt. Nur dass ihr es halt wisst. Es ist in XXL. Es gab leider keine anderen Größen mehr. Wir sind zu spät gekommen. Zu spät. Ja. Wie man es nimmt. Zu spät. Bang meine ich ja. Ja. Egal. Gut. Aber das war großen Teil des Bundles. Was da alles so drin ist. Wie gesagt. Erst kriegt ihr alles. Und zwei Bundles haben natürlich die Oxenbarsten drei Mütze da oben drauf. Und die anderen drei leider nicht. Aber trotzdem genug für euch. Zum gewinnen. Genau. Da ist auf jeden Fall einiges dabei. Genau. Und danke nochmal an XMG, Gameforge und Studio 71 für die ganzen Sachen. Ja. Oh yeah. Danke viel. Vielenmals. Und ja. Wie ihr gewinnen könnt. Wie immer. Unsere beiden Kanäle hier besuchen. Können abonnieren natürlich. Ein Abonnent für uns sein. Auf beide Videos. Wie meins und ihres. Auf jeden Fall. Daumen hoch geben. Daumen hoch. Ja. Einen Kommentar schreiben. Einfach mal wirklich wieder kreativ sein. Warum ihr jetzt das haben möchtet. Warum es gewinnen wollt. Gewinnen wollt. Gewinnen wollt. Genau. Und nicht vergessen wirklich. Es kommen auf beiden Kanälen dasselbe Video. Weil wir haben es immer wieder. Oder. Das nur auf einem Video. Ein Kommentar steht. Und auf dem anderen Video nicht. Bitte auf beide Kanälen. Auf beiden Kanälen. Dieselben Videos. Oder denselben Videos. Kommentieren. Damit ihr mit im Gewinnspiel dabei seid. Verlost wird wahrscheinlich wieder. Mit Zettelchen. Genau. Rauslosen. Und. Dann wärs das eigentlich auch schon. Und besucht uns natürlich auf Twitter. Und wenn ihr mehr erfahren wollt natürlich. Genau. Da gibt es dann auch ab und zu Infos und so. Was alles Neues. Was es gibt und so. Oder wer uns supportet. Genau. Und hilft. Und wie auch immer. Schaut auch da vorbei. Und ja. Dann danke ich einfach allen die teilnehmen wieder. Und letztes Gewinnspiel war auch echt nice. Haben echt wieder sehr viele mitgemacht. Und hoffe dieses Gewinnspiel machen wieder sehr viele mit. Teilt auch das Video. Dass viele mehr mitmachen und wieder uns supporten. Umso mehr kriegen wir wieder. Weil wir haben schon wieder neue Sachen bekommen. Oder kriegen demnächst neue Sachen wieder. Genau. Wieder speziell viele Sachen. Dadurch die Gewinnspieler doch so gut ankamen. Haben die Firmen das gesehen. Und ja. Deswegen umso mehr das Video sehen. Umso eher steht die Möglichkeit von größeren Firmen. Von mehr Firmen supportet zu werden. Umso mehr Packages bekommen wir. Und noch größere Dinge. Genau. Vielleicht stehen wir irgendwann dran und verlosen hier eine Playstation 4. Naja. Das dauert noch ab. Wer weiß. Oder Gaming Headsets. Oder Tastaturen. Oder was weiß ich. Sagt die ja vielleicht. Vielleicht. Wer weiß. Aber danke fürs Zuschauen. Macht das alles. Alles unten in der Videobeschreibung. Schaut auch bei den Firmen vorbei. Die Links alle unten. Wirklich überall vorbeischauen. Supporten. Und wir sehen uns im nächsten Gewinnspiel. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. Sous-titrage ST' 501